Hi, ich bin LittleCompousBrain oder einfach nur Yannick. Das war diesmal richtig rum. Ich sehe aus wie ein schwitzender Fleischklops, weil es ist echt heiß. Jeder, der YouTube-Videos macht und kurze Videos aufnimmt, kennt mit Sicherheit die Seite H.I.O. Diese Seite ist dafür da, um viele kleine lustige Spiele zu finden von Indie-Entwicklern. Und heute scroren wir durch die Seite durch, bis irgendein Spiel ein bisschen sus aussieht. Auf geht's. Okay, fangen wir an. Last Bus Home. Kudos. Night Maniac. Das sieht aus wie ein Video, was ich aufnehmen könnte. Control Room Alpha. Auch schick. Feed Your Cat. A game about feeding your cat. Nice. Grainwind Incident. Dark Taxi. Okay. Canine. They are here. The Crypt Terror. Bonnie's Bakery. Das sieht süß aus. Gnett. The Baby in Yellow. Das Baby in Gelb. So, guter Titel. We are not alone. Not alone. Man könnte meinen, diese Spiele hängen zusammen. Contempt. The Man from the Window. Erased Bagrooms. Amanda the Adventurer. The Shopping List. Daughter. Wrong Floor. Goodbye, Doggy. True Ingredients. Not involved. Under. Poopkiller. Poopkiller. Ah, ja. Mhm. Arya Story. Oh, das war ein RPG Maker Spiel. Escape PS2 Hagrid. Das sieht aus wie ein zukünftiges Video. Narrow One. Story Focused Mystery Harem. Na, perfekt. Na, perfekt.